Folgen sie Derek Simmons. Ja, ein Treffen mit Chris und es ging alles ganz schnell, aber unser Ziel ist natürlich nicht mehr Ada, sondern nur noch Simmons. Ja, aber wer ist jetzt hier der Drahtzieher hinter all dem? Ist es jetzt Ada, ist es Simmons? Ja, aber auf jeden Fall ist es die Neo-Umbrella. Ja, sprich die alte Umbrella wieder auf neu getrimmt. So, erst mal kurz mal die Knarren nachladen. So, Gesundheitsstatus sagt, kann man so lassen. Ich habe hier noch ein First-Aid-Spray. Oh, hier sind nochmal ganz viele Kisten. Das heißt, hier könnte der nächste etwas schwierigere Kampf kommen. Ja, aber gut, dass man sich nochmal alles ansieht, denn ja, wer hier einfach durchrennt, der, ja, verpasst eine Menge und ich glaube, dass wir hier schon sehr bald... Oh ja, da bin ich dabei. Nach dem ganzen Stress, den wir mit dem Mistkerl hatten. Oder wegen dem Mistkerl hatten, besser gesagt. Irgendwie ist es mir hier noch zu ruhig. Viel zu ruhig. Oh, das kommt aber unerwartet. Nein! Halt! Ah, Agent Birkin. Perfektes Timing. Seien Sie so nett und nehmen Sie die beiden fest, ja? Sie sagen, Sie stecken hinter dem Terrorangriff. Stimmt das? Was? Laufen die herum und reiben es jedem unter die Nase, der zuhört? Antworten Sie! Es dient dem Schutz der Vereinigten Staaten und der globalen Sicherheit. Wie soll die Ermordung des Präsidenten gut für das Land sein? Der Präsident ist tot? Tja, dafür können wir uns bei Leon bedanken. Fahren Sie zur Hölle, Simmons! Beseitigt sie. Nein! Aufhören! Feuer erstellen! Die beiden da können wir noch gebrauchen. Sie müssen vorsichtiger sein. Okay, okay. Wie geht's jetzt weiter, du Held? Werden Sie es bis zu dir schaffen? Warum machen wir sie nicht kalt? Weil Sie sich um Sherry kümmern müssen. Werden wir das beenden? Ich habe Wichtigeres zu tun. Und was werden Sie beide jetzt tun? Wir erledigen es Simmons. Hier sind Informationen drauf, wie man den C-Virus stoppen kann. Simmons will sie. Danke. Ich sage FOS Bescheid, dass Sie Geraitschutz brauchen. Bewegung! 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 Sie hat mich erwischt! Nicht schlecht! Er entkomst uns! Zalos! Okay, jetzt geht hier die Action-Huds wohl richtig los. Ja, Simmons ist wahrscheinlich infiziert. Ah. Ja, da bin ich aber mal gespannt. So, ein bisschen Muniz... Oh, rotes Kraut! Oh, verdammt, das ist irgendwie... Was zur Hölle? Kann ich irgendeine Knarre leer machen, dass ich ganz schnell mal ein bisschen nachladen kann oder so? Hallo, ich muss das rote Kraut mitnehmen. Irgendwas wegwerfen vielleicht. Unnützes vielleicht. Ein First-Aid-Spray ist voll unnütz. Das rote Kraut ist super wichtig. Ach, komm, der Sprengsatz weg damit. Das rote Kraut ist jetzt wichtiger als der Sprengsatz. So. Genau, deswegen. Schade, man kann die nicht wieder aufnehmen. So. Warum glaube ich, dass Simmons gleich nicht mehr der Alte sein wird? Ich gebe Ihnen nur das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und alle anderen auf dem Planeten. Sie verfolgen mich, während diese Frau frei herumläuft? Welche Frau? Die Verräterin Ada Warren. Wer weiß, was sie noch vorhat? Ein anderes Team sucht Sie. Sie aber, Simmons. Sie gehören uns. Rache nehmen für den Präsidenten. Ist es das, was Sie wollen? Seh nach, hätte er die Wahrheit über Raccoon City veröffentlicht, wären die USA weltweit isoliert und die globale Ordnung zusammengebrochen. Einen Desaster verhindern, indem Sie ein anderes verursachen? Egal, wie viele dabei sterben. Jemand musste ihn stoppen. Er hätte mein Land und die Welt ins Chaos gestürzt. Dieses Weib. Wie kann sie mir das antun? Wie kann sie mir das antun? Jetzt, jetzt wird es hier richtig eklig. Okay, der kann sie immer wieder zu irgendwas anderem zusammenbauen. Hängen wir ihn ab, solange wir noch können. Verdammt sein. Alle beide. Ich erledige sie mit bloßen Händen. Warum glaube ich, dass er das kann? Okay, ich glaube, wir müssen jetzt hier einfach fliehen oder so. Wir müssen ihn auch töten, wie es aussieht. Aber hier ist noch überall Munition. Die sammle ich erstmal ein. Da vorne ist ein Ausgang, den wir nicht benutzen können. Aber kein Problem. So, jetzt kümmern wir uns um diesen Schweinehund, der ironischerweise wirklich zum Hund geworden ist. Er ist genau über uns. Das wird gleich ein Spaß. Naja. Leon, helfen Sie mir. Ich glaube, ich komme da rauf. Ah, erstmal muss man dieses... Zu schnell. Wir müssen von zwei Seiten angreifen. Boah, krass. Und wie viel Schaden der macht. Er weiß gar nicht mal, wie viel das Ding überhaupt aushält. Was macht der eigentlich da hinten? Ja. Wir müssen jetzt erstmal auf alle Fälle erledigen. Och, du Schreck. Kann man den nicht einfach hier so ein bisschen von der U-Bahn werfen oder so? Ja, dann kommen halt her... Oh, noch ein Erste-Hilfe-Spray. Jetzt habe ich zwei davon. Ohne nochmal Munition. Aber wenn ich jetzt nur wüsste, wie ich wieder zu Simmons nach unten komme. Ah, wahrscheinlich hier. Oh Gott. Was für ein hässliches, ekliges Vieh. Hat der eigentlich irgendwelche Schwachpunkte? Ja, zum Glück kann Helena ja praktisch nicht sterben. Das ist echt super praktisch. Okay, ich erkletter ihm jetzt hier draußen mal nach. Okay, er geht jetzt wieder runter. Dann muss ich jetzt hier oben weiter. Ich glaube, das ist so die Taktik, wie man den dann besiegen muss. Also, sie meint ja... Also, Helena meint ja... ...dass man von zwei Seiten angreifen muss. Schwach. Von wegen schwach verängstigt. Ich mach mich jetzt fertig, Junge. Oh Gott. Wir haben echt schlechte Zeit zum Nachladen. Okay. Der wird dann gleich wieder da reinkrabbeln. Dreht da oben nur einmal die Runde, oder? Oder muss ich rauskommen, dass er reinkommt? Weil der Kram ist jetzt immer erst dann rein, wenn ich rausgekommen bin. Okay, diesmal ist das irgendwie nicht so. Ich bin doch gerade total konfus, was diesen Kampf angeht. Ich glaube, ihr merkt das ja schon. An der Art, wie ich hier kommentiere. Denn ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich dieses Megavieh hier besiegen soll. Mein... Der ist ja auch echt nicht gerade klein. Und Helena steht da hinten rum und weiß nichts mit sich anzufangen. Da kommt er jetzt raus. Einfach mal Schaden drauf machen. Das werden sie büßen. Ah, nein. Ich kann jetzt... Ich kann ihn treten. Ah, ein bisschen auf ihn eindreschen. Dann wird er wieder zum Superhund. Und... Dann wird er wieder zum Superhund. Ist er tot? Leon! Leon, alles okay? Das muss Einbildung sein. Leon, bleib da! Er will zu Ihnen! Runter vom Superhund! Ich lecke ihn ab! Äh... Okay, das war jetzt irgendwie nicht so gut. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt vielleicht machen muss. Irgendwie... Ist das jetzt hier vielleicht sogar schon der Endboss-Kampf? Oder... Ah, zumindest der Endboss-Kampf vom Leon-Szenario. Leon, bleib da! Er will zu Ihnen! Runter vom Zug! Ich lecke ihn ab! Okay. Also, einfach nur so... Okay, einfach mal so ein bisschen laufen jetzt hier, oder was? Naja, warum nicht? Leon, hier rüber! Warum müssen die immer zu was noch Schlimmeren mutieren? Heißt nicht einmal aus? So, jetzt hier volles Rohr draufballern. Auf jeden Fall, es ist ein ziemlich cooler Endgegner. Hat irgendwas von so einem Knochenreiter. Und warum habe ich jetzt gerade eben ein Leben verloren? Ich glaube, der wird uns jetzt hier drinnen besuchen kommen. Ja, es gibt keinen Ausweg. Doch. Wahrscheinlich müssen wir auf seinen menschlichen Kopf schießen. Das sieht nämlich verdammt danach aus, als ob wir das müssen. Okay. Ach du Scheiße! Okay, okay, okay. Äh, falsches Gewehr. Ich will das andere Gewehr, ich will das Sniper-Gewehr haben. Ich wollte das Sniper-Gewehr benutzen. Okay, also, ich glaube, hier muss man einfach auf ihn draufballern und irgendwie versuchen, Schaden zu machen, weil... Puh, ist echt jetzt gerade nicht so einfach. Okay. Die ganze Show sah halt jetzt nochmal. So, hier draufballern. Schön auf seinen quasi-Oberkörper. So, wenn das... Und weiter draufballern! Okay, jetzt, 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 jetzt kommt er hier rein. Ich wechsle schon mal auf die Sniper-Rifle. Ohne, hier wäre doch überall Munition gewesen. Vorne ist auch nochmal Munition. Oh Mann, ey. So ein abartiges Vieh. Okay. Oh, das ist ja gemein. Ich musste ich nachladen, genau in dem Moment, als der hier ankam. Okay, also, die Sniper-Rifle ist da wohl echt die falsche Waffe. Ähm. Ob wir wieder in den Zug vielleicht rein müssen? Nee, ich glaube eigentlich, wir müssen da irgendwie wahrscheinlich einfach nur draufballern. Ganz stupide. Okay, jetzt, das macht der ganze Spaß hier nochmal. Aber, diesmal, äh... Rall ich mir erst mal die ganze Munition, die da rumliegt. So. Die ist vor allem Munition für das Maschinengewehr. Das muss was zu bedeuten haben. Also, dass das wahrscheinlich die... die Waffe ist, in diesem Kampf. Nachladen zwischendurch. So. Boah. Okay, jetzt haben wir erst mal noch ein bisschen... Fürst... äh, ein bisschen grünes Kraut. Wobei... unser Problem ist ja nicht irgendwie, äh... dass uns Gesundheit fehlt. Das Problem ist, dass uns dieses Ding mal einfach komplett umbringt. Mit dem nächsten Move. Oh Mann, ey. Ja, ich hoffe, jetzt hier mit den Maschinengewehr wird das ein bisschen besser. Okay. Okay. Okay, diesmal scheinen wir es... geschafft zu haben. Okay, ein Ladevorgang. Wie gesagt! Sie... wisst ihr nicht! Echt? Was passiert, Benni? Die Welt wird Stabilität zurückerlangen. Meine Familie hat mich verabschiedet! Okay, Simmons wäre dann Matsch. Puh, das war mal echt ein ziemlich krasser Fight.